Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute wichtiges und auch sehr brisantes Thema. Rauchen in der Schwangerschaft. Wie viele Frauen rauchen eigentlich in der Schwangerschaft? Was hat das für Auswirkungen auf das Kind? Was ist mit diesen Entzugssymptomen, wenn man aufhört zu rauchen für das Kind und auch für die Mutter? Und was ist überhaupt auch mit Passivrauchen, wenn der Partner zum Beispiel in der eigenen Wohnung raucht und du bist schwanger? Das alles können wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! 12% aller schwangeren Frauen rauchen. Das ist Statistik und die Dunkelziffer dieser Statistik ist sicherlich höher, denn nicht alle Frauen berichten natürlich davon, dass sie während der Schwangerschaft rauchen. Und noch eine weitere Statistik ist, über die Hälfte aller Frauen, also über 50% rauchen mit positivem Schwangerschaftstest weiter. Und dass das nicht optimal ist, das wissen glaube ich fast alle. Trotzdem sind es eben noch sehr, sehr viele, die während der Schwangerschaft weiter rauchen. Oft auch mit dem Argument, ja, ich möchte meinem Kind auch keine Entzugssymptome zumuten. Das ist nämlich gefährlicher, als wenn ich einfach weiter rauche. Was daran dran ist, klären wir am Ende dieses Videos. Jetzt schauen wir uns dieses hitzige Thema einfach mal so neutral wie möglich an. Es geht los. Warum ist Rauchen denn in der Schwangerschaft jetzt überhaupt so schlimm? Kinder von rauchenden Müttern haben ein erhöhtes Lebenszeitrisiko für vielerlei Erkrankungen. Dabei geht es nicht nur um akute Dinge, die jetzt quasi im Mutterleib oder kurz nach der Geburt passieren können, sondern auch langfristige Folgen. Und das ist oft das, was vergessen wird. Dann kommt ein Kind auf die Welt, ist dann irgendwann zehn Jahre alt und ist eigentlich fit. Und alle sagen, ja gut, ist ja nichts passiert, aber muss eben auch die langfristigen Folgen, also wenn dieses Kind dann irgendwann mal 40, 50, 60 Jahre alt ist, beobachten. Und das wurde jetzt rückblickend und rückwirkend in vielen Studien einfach beobachtet, dass die auch Langzeitfolgen haben können. Angefangen von Asthma oder auch Allergien, Herzfehler, Wachstumsdiskrepanz, also ein Zurückbleiben der Wachstumskurve, Entwicklungsstörungen, geistige Retardierungen, das heißt geistige Einschränkungen, Verhaltensauffälligkeiten oder auch einfach ein erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen, zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen. Das sind alles beobachtete Nebenwirkungen, die durch das Rauchen in der Schwangerschaft bedingt sein können. Ein großes Risiko besteht auch in der Frühgeburtlichkeit. Man hat also gesehen, dass rauchende Mütter oftmals und statistisch gehäuft einfach eine Frühgeburt haben, also eine Geburt unter der 37. Schwangerschaftswoche oder aber eine Geburt eines Kindes unter zweieinhalb Kilo. Dass so ein Kind als Frühgeburt schon von sich aus Anpassungsstörungen haben kann, weil es eben noch nicht reif geboren ist und dann auch noch Probleme hat mit diesem Entzug, zu dem wir nachher noch kommen, das ist irgendwo auch logisch und das ist nicht optimal. Und wenn man in der Öffentlichkeit darüber debattiert und diskutiert, kommt sehr oft das Argument, dass man ja eine Familie zum Beispiel kennt, wo die Mutter Kettenraucherin ist jetzt zum Beispiel und die hat drei Kinder und die sind alle gesund. Das ist natürlich für diese Familie super gut und ich freue mich persönlich immer, wenn Kinder gesund sind, schon allein der Kinderwillen. Aber das ist eben auch keine Statistik, das muss man solchen Leuten auch immer wieder sagen. Das sind Einzelfälle und das ist ja auch okay. Man sagt ja auch gar nicht, dass jede rauchende Schwangere ein Kind bekommt, was irgendwo Einbußen hat, sondern das Risiko ist einfach massiv erhöht. Und wenn das so persönliche Anekdoten sind, die zutage kommen und erzählt werden, muss man einfach sagen, gut, das ist jetzt ein Fall mit einer Fallzahl von eins oder zwei. Aber es gibt Studien eben mit einer Fallzahl von vielen Hunderttausenden bis zu Millionen Schwangeren, die man beobachtet hat während der Schwangerschaft und auch danach. Und eben die Kinder werden nicht über eine lange Sicht beobachtet bei solchen Familien, bei diesen persönlichen Anekdoten, sondern eben das eine Kind ist zwei, das nächste fünf, das andere sieben und die sind alle gesund. Wir wissen nicht, was die vielleicht mit 30, 40 noch entwickeln. Heißt, wenn ihr mal konfrontiert werdet mit so einer Argumentation, könnt ihr solche Gegenargumente aufbringen, denn das ist einfach Epidemiologie, also medizinische Statistik. Rauchen in der Schwangerschaft ist eben nicht gut. Was ist denn jetzt eigentlich so schlimm an diesem Nikotin? Hört man ja immer, man raucht, Nikotin ist so schlimm. Das Nikotin ist quasi nur der Vermittler, der Suchtstoff. Das ist das, was die Frauen und auch Männer morgens verlangen lässt, zur Zigarette zu greifen. Das ist das Nikotin. Dieser Stoff macht abhängig. Schädlich für das Kind sind vor allen Dingen die Schadstoffe. Das sind Cadmium, Benzol, Kohlenmonoxy. Das sind die gefährlichen Stoffe. Denn wenn man eine Zigarette raucht, dann kommt dieser Rauch ja in die Lungen. Und in der Lunge findet ja der Austausch von den Stoffen statt. Das heißt, von der Lunge gehen die ganzen Stoffe, ob das Sauerstoff ist oder auch Kohlenmonoxid und Cadmium, auf die roten Blutkörperchen über die im Blutkreislauf der Mutter hin und her fließen. Und dieses Blut kommt dann eben über die Plazenta direkt auf das Kind. Das heißt, das ist quasi eine Pipeline von der mütterlichen Lunge zum Kind. Die Kinder haben schon mal durch ihre noch nicht ganz entwickelten Organe gar keine Chance, diese Giftstoffe abzubauen. Und die Leber der Mutter oder auch andere Organe haben auch noch nicht die große Chance, weil die Zeit bleibt gar nicht. 500 Milliliter die Minute fließen auf das Kind von der Mutter. Das heißt, die Leber können gar nicht so schnell diese Giftstoffe abbauen, wie sie ihm zugeführt werden. Das heißt, eine ganz, ganz große Menge, gerade Kohlenmonoxid bindet extrem gut an die roten Blutkörperchen, kommt beim Kind an. Und wenn wir mal bei dem Kohlenmonoxid kurz bleiben wollen, neben den anderen vielen, vielen Giftstoffen, die jetzt auf das Kind übertragen werden. Kohlenmonoxid hat eine viel, viel höhere Affinität zu den roten Blutkörperchen als zum Beispiel Sauerstoff. Sprich, das Kohlenmonoxid blockiert die Bindungsstellen für Sauerstoff. Das heißt, es wird weniger Sauerstoff an das Kind transportiert, auch an die Mutter transportiert. Aber vor allem das Kind, was jetzt gerade Sauerstoff braucht, für all die biochemischen Reaktionen, die da jetzt stattfinden, bei der Organgenese oder auch anderen Prozessen. Dieser Sauerstoff fehlt dem Kind, weil da jetzt Kohlenmonoxid drauf sitzt. Also ist es auch in einem Umkehrschluss ganz logisch, dass diese Kinder später Entwicklungsverzögerungen haben, Verhaltensauffälligkeiten zeigen und andere Erkrankungen bekommen, weil in der Herstellung des Kindes einfach viel, viel nicht passiert ist, was hätte passieren können mit mehr Sauerstoff. Verstanden? Ich glaube schon. Also Kohlenmonoxid als Beispiel, sich schon mal rauszupicken, macht schon mal deutlich, wie gefährlich Rauchen in der Schwangerschaft ist. Was ist jetzt mit den Entzugserscheinungen? Die gibt es tatsächlich und die sind mitunter ganz schön heftig. Also das ist kein Grund, Leute zu belächeln, die sagen, ich schaffe es nicht, mich vom Rauchen zu entwöhnen, denn ich habe so krasse Entzugserscheinungen. Die können heftig sein und können auch einer richtig manifesten Therapie bedürfen. Aber was man auch wissen muss, zu über 90 Prozent und primär wichtig sind psychische Entzugserscheinungen, wie Unausgelastetheit, Wut, Unkonzentriertheit, Gereiztheit, Schlaflosigkeit. Das sind alles klassische Entzugssymptome beim Rauchentwöhnen. Körperliche Symptome sind fast zu vernachlässigen, gibt es fast gar nicht. Und das ist ganz wichtig auch im Hinblick auf das ungeborene Kind. Es gibt keine ungeborenen Kinder, die jetzt mehr gereizt sind oder mehr Wut verspüren oder schlaflos sind oder unkonzentriert. Das ist den Kindern jetzt primär erstmal gar nicht so wichtig, sondern denen geht es um die körperliche Entwicklung. Und da profitiert jedes ungeborene Kind, sobald die Zigaretten weggelassen werden. Wir haben es eben gehört mit dem Kohlenmonoxid, das als alleiniges Merkmal oder als alleiniger Schadstoff schon alleine so Sinn macht, dass wenn man es weglässt, mehr Sauerstoff bei dem Kind ankommt und das Kind profitiert sofort von dieser Umstellung. Diese Entzugserscheinungen sind natürlich auch von diesen sogenannten Pack Years abhängig. Das heißt, wie viele Packungen und wie viele Zigaretten pro Jahr auf welcher Lebensspanne wurde denn geraucht? Wenn jemand 20 Jahre Kette geraucht hat, sind die Entzugserscheinungen natürlich höher zu erwarten, als wenn jemand sporadisch alle zwei, drei Tage mal fünf Zigaretten raucht. Das ist ganz davon abhängig und so sind auch die Entzugserscheinungen eben abhängig. Das heißt, das Kind profitiert sofort. Es hat keinen Entzug. Das ist ganz wichtig, weil dieser Mythos, der kursiert ja immer, immer wieder im Internet, wenn man liest, ja, ich möchte meinem Kind jetzt keinen Entzug zufügen. Und wenn man mit jemandem gerade in so einer Argumentation ist, dann müsste man halt auch anbringen, bei Geburt, also sobald da quasi das Kind abgenabelt wird, hat es ja den massiven kalten Entzug. Denn es hat neun Monate die ganzen Nikotinstoffe und auch die Schadstoffe eben erhalten und mit Geburt wird er eh abgenabelt und sofort fällt dieser Nikotinpegel auch weg. Das heißt, das Kind wird ja dann so oder so zwangsläufig irgendwann diesen kalten Entzug mitmachen. Warum also nicht schon im Mutterleib, wo es noch nicht die Aufgabe hat, selbst zu atmen, sich selbst zu ernähren, selbst einen Wärmehaushalt aufzubauen, sondern wirklich schon im Mutterleib, wo die Mutter einfach schon unterstützen kann, indem das Kind ernährt wird, warm gehalten wird und vom Immunsystem unterstützt wird. Also das könnt ihr, falls ihr mal in so einer Diskussion verfallt, auch mal anbringen. Der Entzug kommt so oder so. Dieser Entzug, den wir gerade besprochen haben, den es eben nur bei Mutter oder eben auch Papa gibt. Was sollte man jetzt also tun? Was kann man tun, wenn man raucht und schwanger werden möchte oder es gerade geworden ist? Haben wir jetzt glaube ich schon besprochen. Also am besten ist, und das Studien basiert, ich blende euch mal hier ein, ist, dass man präkonzeptionell, also vor der Befruchtung aufhört zu rauchen. Das ist perfekt. Übrigens auch bei Kinderwünschen ein Rieseneffekt, wenn man aufhört zu rauchen. Da steigert sich die Fruchtbarkeit immens. Aber wenn man Kinder kriegen möchte, dann ist das ein großer, großer Schritt, den man auch frühzeitig gehen kann, damit man eben auch als Mutter nicht mit diesen Entzugserscheinungen belastet wird. Außerdem, wenn man jetzt einen Partner zum Beispiel hat oder eine Familie, die gerne in der Bude raucht, in Räumlichkeiten raucht. Wir haben gelernt, der Rauch ist eigentlich das Schädliche. Das Nikotin macht abhängig. Aber der Rauch und die ganzen Schadstoffe, die in dem Rauch sind, das ist das Gefährliche. Und die hängen überall. Also die können bis zu Stunden später noch in irgendwelchen Textilien hängen und die können auf das Kind übertragen werden. Passivrauchen ist viel, viel gefährlicher, als man bisher angenommen hat. Da laufen jetzt gerade noch Studien, jetzt unabhängig auch von der Schwangerschaft, dass Passivrauchen einfach eine immense Einschränkung ist für unser aller Gesundheit. Das heißt, nicht nur, wenn du schwanger bist, sondern generell sollte man empfehlen, dass man, wenn man Raucher ist, vor der Tür raucht und nicht im Auto oder in der Wohnung oder im Haus oder sonst wo, wo es nicht abziehen kann. Rauchentwöhnung ist ganz harte Arbeit. Das darf man gar nicht vergessen. Alle Raucher, die das mal versucht haben, vielleicht auch gescheitert sind, können ein Liedchen davon singen. Es geht auch gar nicht darum, Raucher jetzt zu diskreditieren oder irgendwie schlecht zu machen. Es ist natürlich, und das wissen die ja auch selber nicht gesund. Es macht abhängig, das wissen die aber auch selber. Es geht eben jetzt aber nicht mehr nur um sich selbst oder um die Partnerin, sondern es geht jetzt um das ungeborene Kind. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Also wenn man gefragt wird, machst du alles für dein Kind, damit es gesund ist, sagt jeder. Jedes Paar sagt einer. Klar, ich würde von Zug springen, damit das Kind gesund wird. Aber das braucht es gar nicht, sondern es braucht jetzt tatsächlich einfach nur eine Rauchentwöhnung. Es gibt da auch vom Staat zum Beispiel ganz viel große Hilfe. Ich blende euch mit einer Telefonnummer ein. Die ist 24 Stunden, 365 Tage erreichbar, um da auch Connection zu finden zu vielleicht Rauchentwöhnungsprogrammen. Oder da kann man sich auch einfach mal ein bisschen ausreden, was man denn machen kann. Da wird es Therapieformen geben, Möglichkeiten, wie man am besten von dem Rauchen wegkommt. Und das Ganze ist kostenlos. Deswegen stelle ich sie euch auch mal einfach so zur Verfügung als Informationsquelle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und auch diese zwei, drei Mythen aufklären, die da so kursieren. Also da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Rauchen ist nicht gut und zwar schädlichst in der Schwangerschaft. Das ist, glaube ich, die Grundmessage dieses Videos. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, einen Daumen nach oben. Guckt auch mal bei Instagram vorbei, Facebook und so weiter, damit ihr nichts verpasst. In dem Sinne, viel Spaß. Bis bald. Bis bald.